Glaub nicht. Es staubt immer so mit Mangos Hüls. Es staubt immer so mit Glauben. Alles ist ein, was ich warst. Ich bin auf die Ältere und die Flie. Es ist ein, was ich warst. Ich habe mich noch nicht gesehen. Es ist ein, was ich hier warst. Ich habe mich noch nicht gesehen. Aber ich habe noch nicht mit den Glauben. Ich habe mich noch nicht gesehen. Ich habe mich noch nicht gesehen. Vielen Dank. Weilen wir rein, Kassel? Nein, rein, Kassel. Ich dachte, du musst dich los, und das meiste sind wirklich Schwitzer, was wir nicht durchlaufen müssen, weil es sind mehr die Schwitzer Ditz geredet, als Hochschutz. Ja, aber ich mein, das ist klar, wenn jetzt, wo der Euro so schlecht ist, dann lohnt das als Abartig. Ich hab das letzte Mal auch gesehen, ich hab irgendwie 50 Euro ausgegeben, und in der Schweiz hat die Lacken 120 gezahlt, für alles, was ich gekauft habe. Ich hab grad mal 50 Euro gezahlt, aber schau, das merkst du. Ja, mit Schuhe, no problem. Ja, ich hab viele Erektoren hier schon in der Schweiz nicht zu. Ich muss nur noch irgendwelche Fälle nehmen. Ja, ich hab die Lacken 19 am, die sich die Lacken 20 bis 10 Prozent an. Ja, ich hab die Lacken 20 bis 10 bis 15 bis 20 bis 30 Sekunden, ich hab die Lacken 20 bis 12 bis 23 bis 23. Es ist nie so gut, ich hab die Lacken 20 bis 24 bis 25 bis 29 bis 30, bis 20 bis 30 bis 29 bis 25 bis 29 bis 30 bis 30. Die letzten Meter, wenn ich den Mitterboden mache. Boah, es tut weh wie Sau, Mann! Jetzt bleibe ich wahrscheinlich in der Lieserung, ne? Wie ist es genau auf meinem Schuh? Shit! Ja! Doppelt! Shit! Jetzt war ich grad doppelt! Was war denn Böse? Wo liegen so drin? Voll ja, erstmal! Ich konnte grad echt nichts mehr machen! Immer dieses erste Zittre, ich muss ruhiger bleiben! Dass ich in der Aufstunde diese erste Schwingung hineinbringe, so diese eigene Verunsicherung, so unnötig! Ich bin wach! So sch incresheb? Mhm. Ja. Vielen Dank.